Einige sagen, dass sie enttäuscht sind, weil ihre Träume nicht in Erfindung leben. Ich verstehe das nicht. Jeder Traum erzählt doch eine kleine Geschichte. Ich glaube, dass Erzene einfach übersehen haben, dass sie dahin eine Rolle spielen. Die Hauptrolle in ihrem eigenen Traum. Ich hatte auch einen Traum und der hätte ich so wahr, dass ich dir davon erzählen möchte. Ich schaute zum Fenster hinaus, als ich plötzlich zu einem komischen Stückenfeld am Himmel sah. Erst dachte ich, dass es ein heißer Verlangen ist. Doch als es näher kam, konnte ich lange Flügel, einen Propeller und große Kutschneider erkennen. Komisch. Darin saß ein älterer Mann mit einem langen Zylinder. Ich schaute das nicht. Dann schaute ich mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Mann erzählte mir von einer fantastischen Welt und von seinen Abenteuern, die er erlebt hat, da er jetzt in seiner Augen hinter seiner unten will. Der Mann schaute mich von der Seite an und sagte, dass sein Name Wolf Alexander Explosay und dass er schon seit vielen, vielen Jahren in seiner fantastischen Abenteuerwesen lebt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß nicht mehr genau, wie lange unsere Reise dauerte. Doch plötzlich konnte ich in der Ferne alle seine Geschichten aus seiner Abenteuerei mit meinen eigenen Augen sehen. Und einige seiner Abenteuer schauen ganz hoch über die Wolken hinaus. So was habe ich vorher noch nicht gesehen. Plötzlich stand ich vor einem riesigen Tor mit einer großen runden Steinplatte. Darin waren die Zeichen seiner vier verschiedenen Abenteuerwelten zu sehen. Und in der Mitte leuchtete ein magischer Stein, der die Welten miteinander verbunden hat. Das Tor erfüllte sich. Nur für mich. So wie ein altes, dickes Buch. Und lege ich ihn hinein. So wie ein altes, dickes Buch. So wie ein altes, dickes Buch. Und dann bin ich in die Luft der Piraten. Und plötzlich war ich selber ein Teil an Gefahrt und konnte dort die spannendsten Abenteuer auf hoher See erleben. Musik Musik Ehe ich mich versah, war ich mich schon in der zweiten Welt angekommen, als echter Cowboy im wilden, wilden Westen. In Deckung, denn dort, wo ich gerade nach der Steuerrad des alten Piraten-Schiffes fest in der Hand bin, wurde plötzlich Schafen schossen. Halten verwandeln sich im KT und alte Kutschenbaden sind in Traum und Sand auf. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Plötzlich zog die Nebel auf und die magische Welt der Abendgärten wurde mystisch und dunkel. Einst habe ich natürlich nicht gehabt. Warum auch? Aber bei der Reichen der vierten Welt war ich schon ein bisschen gewohnt. Schließlich soll ein böser Dämon hier sein Unwesen treiben. Transilbanien ist eben nicht zu stoppen werfen. Untertitelung. BR 2018 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 Ja, das war mein Traum, von dem ich dir erzählen wollte. Eine fantastische Reise durch außergewöhnliche Abenteuer. An jedem Tag sehe ich aus dem Fenster hinaus und halte Ausschau nach Lorke als Blus. In meinem Kopf sind dann die buntesten Bilder. Vielleicht sehen wir uns in ihm von einmal wieder. Vielleicht weiß ich ja noch einmal in seiner Abenteuer werden. Aber das Wichtigste ist noch, jeder Traum ist auch ein kleines Stück der Willigkeit. Und Blut ist daran die Hauptrolle. Denn das Abenteuer ist in dir. cornstin. 상이 ить dancing